Guten Tag von Kevin Durring. Düsseldorf ist gelingen in Deutschland nahe der Grenze zu den Niederlanden. Das Wappen für Düsseldorf ist mit ein Löwe und Anker. Der Löwe ist vor der Landkreisberg und der Anker ist wohl von der Wichtigung von der Flussgans Rhein. Es gibt sechs 19.000 Bewohner in der Stadt von Düsseldorf mit fast 3.000 vor jedem Quadratkilometer. Der Hauptfluss in Düsseldorf ist der Rhein, dies ist der Blick auf den Rhein von der Oberkasseler Brücke. Düsseldorf ist für viele wichtige Unternehmen bekannt. Vodafone Deutschland befindet sich in Düsseldorf und ist eines der größten Mobilfunkunternehmen. Düsseldorf ist eine Regionalfluggesellschaft, die durch Deutschland und Europa fliegt. Henkel ist ein Unternehmen, das Konsumgutter herstellt. Ein Produkt, das sie will erkennen, ist die Alzeife. Eine wichtige Universität in Düsseldorf ist die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Es hat mehr als 35.00 Studenten. Es gibt sehr interessante Touristenattraktionen in Düsseldorf. Ein interessanter Ort ist der Rheinturm. Der Turm wurde 1981 erbart. Er berugt über eine Aussichtplattform und ein Restaurant. Es ist auch der größte Digitalur der Welt. Hier sind einige weitere Attraktionen. Viele Bars in der Altstadt-Bürgplatz. Es gibt viele Arten von Spitzen und Getränken. Zudenspinzen, die man Düsseldorf probieren. Dann gehört der Rheinische Saubraten. Interessiert ist auch Blutwurst. Sünden mit ganzen Getränken sollen Altbier erstmals 1880. und Düsseldorf gebrannt und Dortmund exportiert. Düsseldorf wurde im Zweiten Weltkrieg schwer angegriffen. In einer Nacht im Jahr 9043 griffen mehr als 7.00 Boomer die Stadt an. Dankeschön! Untertitelung des ZDF. uitif periodically